Das ist Henry Oliver. Eigentlich sieht er ja harmlos und freundlich aus, aber er saß 19 Jahre im Gefängnis. Wegen Mord. Wie fühlt es sich an, wenn man fast sein halbes Leben hinter Gittern verbringt und weiß, man sitzt da zu Recht? Wir haben einem ehemaligen Schwerverbrecher zehn sehr direkte Fragen gestellt. Hamburg. Am Bismarck-Denkmal sind wir mit Henry Oliver Jacobs verabredet. Einem verurteilten Mörder. Einen Tag werden wir mit ihm verbringen. Unsere erste Station, der Tatort. Hier ist das damals passiert. Was ist passiert? Da habe ich diese schlimme Tat begangen. Auf diesem Parkplatz schoss er in einem Auto von der Rückbank aus auf zwei Männer. Sein genaues Motiv will er uns nicht nennen. Nur so viel, es ging bei der Sache wohl um wertvolle Briefmarken. Die eine Person ist verstorben und die andere Person ist bis, soweit ich weiß, bis heute schwerst verlebt. An die Gesichter der beiden kann er sich nur noch schleierhaft erinnern. Als er auf die zwei Männer schoss, war Henry Oliver 25 Jahre alt. Seine Opfer Ende 20. Uns interessiert, hast du dich je bei den Angehörigen entschuldigt? Nein, das habe ich nicht getan. Man kann sowas nicht entschuldigen. Es gibt keine Entschuldigung. Wenn eine Tat begangen ist, du kannst es auch nicht wieder rückgängig machen. Ich habe die Eltern das letzte Mal gesehen bei der Verurteilung. Die Eltern waren natürlich, oder die waren hasserfüllt. Und als ich dieses Urteil bekommen habe, ich glaube, die hatten eine Genugtuung. Henry Oliver wirkt ruhig und reflektiert. Kaum zu glauben, dass er einen kaltblütigen Mord begangen hat. Einem Menschen erschießen, sagt man, geht's noch. Es war eigentlich der Höhepunkt meiner kriminellen Karriere. Ich habe das damals nicht mehr so als schlimm empfunden. Aufgewachsen ist der heute 48-Jährige auf dem Hamburger Kiez als Sohn junger Eltern. Ich wurde in vielen Bereichen verwöhnt, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich war immer alleine. Nun habe ich eigentlich immer mein Ding so alleine durchgezogen. Henry Oliver gerät schon früh auf die schiefe Bahn. Was mit Diebstählen, Raub und Körperverletzung anfängt, findet seinen traurigen Höhepunkt auf diesem Parkplatz. Eine Woche nach der Tat wird er gefasst. Das Gerichtsurteil lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld. Das bedeutet mindestens 18 Jahre Knast. Was haben deine Eltern gesagt, als es in den Bau ging? Meine Mutter wusste gar nichts, dass ich nur ansatzweise irgendwas Kriminelles gemacht habe. Vielleicht hat sie es vermutet, aber wurde nie drüber gesprochen. Mein Vater, er hat schon geahnt, dass ich kriminelle Handlung begangen habe. Aber dass das irgendwann so ein Ausmaß genommen hat, das war für ihn auch völlig, also wir waren natürlich sehr enttäuscht auch. Seitdem hat er zu seinen Eltern keinen Kontakt mehr. Mit 25 kommt Henry Oliver in die berüchtigte Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel, auch Santa Fu genannt. Eines der härtesten Gefängnisse Deutschlands. Wir begleiten ihn dorthin zurück. Sein Zuhause für fast zwei Jahrzehnte. Eine winzige Zelle. 20 Jahre auf so engem Raum, wird man da nicht verrückt? Also einige sind verrückt geworden während der Haft. Ich kenne ganz viele, die Platzangst bekommen haben. Ich selber habe versucht, diesen Raum in irgendeiner Form häuslich zu gestalten. Doch nicht nur die beklemmende Enge in der Zelle setzt ihm zu. Der Alltag hinter Gittern ist komplett durchgetaktet. 6.15 Uhr Frühstück, 6.45 Uhr ausrücken zur Arbeit, bis 11.30 Uhr, dann gab es bis 12.30 Uhr Mittag, dann wieder bis 16 Uhr arbeiten und von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr hast du Freizeit gehabt. Aber er war immer eintönig. Vom Montag bis Freitag war er immer gleich. Die ewige Monotonie ist für Henry Oliver nur schwer zu ertragen. Auch an dem bescheidenen Lebensstandard muss er sich erst gewöhnen. Wir fragen ganz direkt, was war das Schlimmste? Das Gefängnisessen oder die Gemeinschaftsduschen? Das ist so typisch, Gemeinschaftsduschen. Da haben die meisten immer so die Vorstellung mit der Seife fallen lassen. Ich habe in den 19 Jahren vielleicht eine Vergewaltigung und ein paar Nötigungen gehört. Das Schlimmste ist aber definitiv das Essen. Weil das Essen meines Erachtens, oder von meinem Geschmacksnerv, egal was es gab, immer gleich geschmeckt hat. Nur 2,50 Euro Verpflegungsgeld hat Henry Oliver in Santerfuhr am Tag zur Verfügung. Um nicht abzunehmen, ist er in dieser Zeit Margarine pur. Hinter Gittern beginnt er nach und nach, über die Konsequenzen seiner Tat nachzudenken. Tod ist Tod. Das ist das Schlimmste. Es wird immer ein Teil meines Lebens sein, was ich nicht zurückschrauben kann. Doch es gilt, sich nichts anmerken zu lassen. Wer im Gefängnis Schwäche zeigt, wird von den anderen niedergemacht. Diejenigen, die weinen, werden das natürlich nicht öffentlich machen, sondern abends alleine in ihrer Zelle. Ich habe das auch bei dem einen oder anderen auch abends mal gehört. Aber du stummst einfach ab. Du willst gar keine Gefühle mehr zulassen. Es ist bekannt, dass es unter Häftlingen zu sexuellen Handlungen kommt. Aber nicht nur, weil man sich in der Zeit hinter Gittern nach körperlicher Nähe sehnt. Es gibt natürlich sexuelle Handlungen zwischen Männern und im Gefängnis. Ich würde es aber eher als Prostitution betiteln. Es gibt Personen, die sind drogenabhängig und die verkaufen ihre Körper für Drogen. Paradoxerweise gelten Gefängnisse als rechtsfreie Räume. Konnt man hier an alles ran? Ich bin der Meinung, es gibt keinen Knast auf der Welt, wo es keine Drogen gibt. Es gab Zeiten, wo du wirklich alles im Knast kaufen konntest. Das ist aber definitiv nicht mehr so. Aber trotz hoher Sicherheitsstandards scheint es nicht möglich zu sein, Haftanstalten rauschgiftfrei zu halten. Die Drogen kommen meistens in den Knast durch die Besucher. Das heißt, die eigenen Eltern werden dazu missbraucht, Drogen reinzubringen für ihre Kinder. Anders ist es bei Alkohol. Den stellen laut Henry Oliver die Insassen nämlich auch mal selbst her. Wenn man Brot, Schwarzbrot durchkaut und das in einem Orangensaft rein spuckt, in einem Orangensaft und das ein paar Tage gären lässt, dann entsteht ein Gärungsprozess und dann hat man Alkohol. Du kannst sogar eine Stichwaffe aus Zigarettenfilter bauen. Es gibt nichts, woraus du keine Stichwaffe machen kannst. Sie sind eben halt kreativ. Apropos kreativ. Hat er in seinen 19 Jahren Haft je über einen Weg nachgedacht, auszubrechen? Das würde ich gerne mit einer Gegenfrage beantworten. Flucht, ja. Und dann? Und dann? Selbst wenn man das schaffen sollte, aus diesem Gefängnis auszubrechen. Wo soll ich hin? Also dieses hier rauskommen ist nicht eine Sache, aber du willst ja dein Leben. Das ist so ein bisschen filmmäßig. Das hat mit der Realität nichts zu tun. 2014. Der inzwischen 44-jährige Mörder ist wieder auf freiem Fuß. Was war das Erste, das du in Freiheit getan hast? Als ich komplett entlassen war, da habe ich das erste Mal ein Bier getrunken. Aber nach zwei Bier hatte ich auch einen kleinen Schwibs. Zurück im echten Leben. Nach so langer Zeit im Gefängnis muss sich Henry Oliver erst an die wiedergewonnene Freiheit gewöhnen. Als ich vor die Tür kam, habe ich mich nackt gefühlt. Weil natürlich verlässt man ab und zu das Gefängnis, wenn man ins Krankenhaus muss oder andere Termine hat. Aber man hat immer Handschellen dabei. Und das erste Mal, als ich vor die Tür durfte, hatte ich keine Handschellen. Ich wusste nichts anzufangen mit den Händen, weil die frei waren. Inzwischen ist die Welt auch nicht mehr dieselbe. Viel hat sich getan. Aus der D-Mark wurde der Euro. Deutschland hat eine Bundeskanzlerin. Und das Internet passt mittlerweile in die Hosentasche. Das alles hat Henry Oliver nur am Rande mitbekommen. Nach 19 Jahren wieder in Freiheit, war das nicht ein Schock? Ja, es war ein Schock. Die Stadt an sich, Gebäude haben sich sehr stark verändert. Und was mich am meisten irritiert hat, diese vielen Handys. Dann hatte ich ein kleines Handy von einem Bekannten bekommen oder einem Freund. So ein Smartphone. Und ich habe die Tastaturen gesucht. Und dann zeigte er mir das. Und dann habe ich da hektisch mit dem dicken Finger draufgedrückt. Und dann war seine Antwort, das hält eine Woche. Dann hast du das durchgebrochen. Mittlerweile steht Henry Oliver mit beiden Beinen im Leben. Er hat eine Lebensgefährtin und einen Job als selbstständiger Maler und Lackierer. Gemeinsam besuchen wir einen Freund aus der Zeit im Knast. Rainer war auch auf der schiefen Bahn, wurde aber später Polizist. Die Gefahr, dass ich da hätte abrutschen können, die war schon recht groß. Gott sei Dank habe ich die Kurve gekratzt und bin dann doch auf der anderen Seite des Gesetzes geblieben. Was guckst du mich so vor, was vor? Ja, ja. Heute verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft. Sie wohnen gemeinsam im selben Haus. Und nicht nur das. Rainer ist Henry Olivers Vermieter. Ein Polizist und ein verurteilter Mörder. Ein ungleiches Paar. Nicht alle kommen mit dieser Kombination klar. Die meisten Probleme haben sicherlich meine alten Kollegen, weil die eben sagen, oh Gott, du ehemaligen Mörder zusammen im Haus, ist das nicht schrecklich? Und andersrum ist das genauso. Die Polizei war ein Feindbild. Die hatten nur eins im Sinn, mich in den Knast zu bringen. Dass da aber auch ein Mensch hinter steckt. Danke, Olli. Bitteschön. Je mehr Zeit wir mit dem Ex-Häftling verbringen, desto mehr haben wir den Eindruck, es mit einem sympathischen, bescheidenen Mann zu tun zu haben. Doch Henry Oliver ist und bleibt ein Mörder. Heute ist er wieder in der Gesellschaft angekommen, will ihr aber auch etwas zurückgeben. Er will verhindern, dass andere dieselben Fehler begehen wie er selbst. Prävention ist der beste Opferschutz. Das, was ich getan habe, kann ich nicht wiedergutmachen. Es gibt keine Wiedergutmachung davon. Aber ich kann verhindern, dass andere, oder ich kann versuchen zu verhindern, dass andere diese Straftaten begehen. Dazu hat er den Verein Gefangene Helfen gegründet. Henry Oliver besucht Schulen, hält Vorträge und erzählt Jugendlichen seine Geschichte. Happy End? Eine Frage haben wir noch. Hast du seit deiner Freilassung wirklich kein einziges Gesetz gebrochen? Doch, habe ich. Ich habe auch Gesetze gebrochen. Aber tagtäglich brechen wir alle Gesetze. Wenn ich Auto fahre und mich über einen anderen Autofahrer auslasse, ist das eine üble Nachrede. Die scheiß Bohlen, auch das rutscht mir raus. Aber bewusst Straftaten begehe ich nicht. Nicht mehr. Nicht mehr, ja. Nicht mehr, ja. Nicht mehr, ja.